Hey, jetzt kommen sie alle. Anton, der Schäher. Hey, Anton. So, der Herr Meier kommt ins Krankenhaus. Ein starker Raucher war er, gesufen hat er zur Untersuchung. Am nächsten Tag kommt der Chefarzt zu ihm, sagt der Herr Meier, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Was wollen Sie denn zuerst hören? Dann hat er gesagt, na ja, halt die schlechte. Dann hat er gesagt, der Chefarzt, Herr Meier, wir müssen Ihnen leider ein Fils annehmen. Sie haben nämlich Raucherbeine, weil sie so viel geraucht haben. Und die gute Nachricht hat er gesagt, ja, der Lücher da neben dem Nachbarzimmer, der würde ihn einen Joe kaufen kaufen. Das war einmal ein kleiner zum Aufheizen. Also Leute, wir sehen uns am 28. Oktober in Weiden, im Vereinsheim. Es gibt noch ein paar Plätze, viele nicht mehr. Es wird gut, es wird saugut. Und der Anton kommt nicht mehr mit. Mein neuer Freund, der Anton, der erzählt auch einen, wenn Sie alle gut klatschen, dann hat es dabei. Dann tritt der Anton auch auf, gell? Wir sehen uns am 28. Oktober im Vereinsheim in Weiden. Bis dahin, euer Prinz, habe die Ehre. Servus. Jetzt kommt der Anton auch hierher. Ja, jetzt haben wir die Vorhörungen, ha? Ja, du gehst mir hier, du mein Gescheiter. Du bist du mein Gescheiter, ha? Anton, du gehst mir hierher, da ist ein Nahr. Ja, du gehst mir hierher.